Der Eurofighter ist jedem anderen militärischen Kampfflugzeug derzeit überlegen. Die Hauptvorteile und Fähigkeiten des Eurofighters sind einfach das riesige Ausbaupotenzial, was das System an sich hat. Der Eurofighter ist wirklich der ultimative Fighter. Um es kurz zu fassen, habe ich mich fast gefühlt, als wäre ich auf einer Kanonenkugel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dieser Sprung zu Eurofighter ist schon gigantisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 We arrived at the Champions League with that aircraft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 des ZDF für funk, 2017 Was für funk, 2017